ich mein alles für später weniger aufwand wieso schauen dass man voll nicht komprimieren kann das würde sehr viel platz sparen und wir kommen glaube ich von hier oben hier ist noch ein gang daneben auf schienen die klauen wir uns mal ich habe keinen schimmer mehr wo ich bin ist jetzt ungünstig naja gut wir finden schon wieder das nachbohren verzögert sich ein bisschen ich wollte nicht in eine höhe ich habe die tag playlist denn was ist denn jetzt hier schon noch ein mietfach ja moin meine spitze ist bald schon wieder kaputt ja würde ich aber sagen dann lassen wir es auch lieber und hauen einfach nur ab ich will nicht mehr aber die kohle ich kann an kohle nicht vorbeigehen ohne sie abzubauen wirklich ein leben so ich jedes mal wenn ich ein sack kohle sehe dann hole ich meine schaufel und grab den weg das kann natürlich auch sein dass ich konsequent gesagt habe kohle lasse ich stehen weil ich so viel platz nicht in dem inventar habe wo bin ich jetzt ich kann jetzt einfach mal dem ausgang entgegen äh äh so so wo muss ich jetzt noch mal hin hier hoch ah ja perfekt das ist echt ein körper krampf ist das hier ein krampf sag ich euch ja 34 eisen lässt sich sehen super bilanz kann man mal machen so und da muss ich hin oh gott äh warte mal da hin da hin da geht es rauf da geht es rauf so hätten wir das jetzt auch gemacht aber immerhin habe ich zurückgefunden das ist gut ähm so achso jetzt muss ich natürlich hier das hier auch austauschen aus nein Glück gehabt ja dann mal äh die Kisten befüllen so Mist ich komm nicht ran Ich muss halt hier das Tolles aufpassen, dass die Dinge nicht auf einmal losfahren. Das ist mit das größte Problem dran. So. Äh. Ja, dann noch Cuppistone. Ne, warte, dann haben wir so. Kommen hier noch die Diamanterze rein. So. Äh, um einmal ein Karten kommen wir noch ganz zum Schluss hin. Jut, äh, denn. Dann haben wir mal hier quasi den ganzen Inhalt in irgendwelche Kisten mit rein und füllen auch die schnell die anderen. Mit sinnlosem Zeug. Wie die bemosten Stonebricks. Das hat den Vorteil, wenn das gleich sortiert, äh, hier reinschmeißen. Kommen wir jetzt auch sortiert wieder zurück. So. Das kommt da hin. Dann kann man da noch irgendwas mit rein schmeißen. Wie zum Beispiel Redstone. Schauen. Der immer noch diesen schönen Texturfehler hat. Äh, so. Dann haben wir das auch. Dann haben wir jetzt hier die Stonebrickkiste noch voll. so. Und die anderen zum safesten auch mal mit. Äh, die Kiste hier. Äh, da kommt dann die Bücherregler mit. Die Spitzhacken und das Schwertschmied rein. Wir gehen immer auf Null sicher. Eigentlich könnte man hier auch einen zweiten Erzauberungstisch stehen lassen. Obwohl, wir nehmen ihn einfach wieder mit, wenn wir ihn wieder brauchen. So. Na, perfekt. Äh, und jetzt dann mal... Koppelstuhl. Und dann bringen wir alles in unser Lager. Das wird lustig. Ich trinke übrigens mal einen Schluck Tee. Mal gedacht, ich muss aufs stilvollere Getränk umsteigen am Schreibtisch. Äh, aber eigentlich hat es den Hintergrund, dass es gerade noch 11 Uhr morgens ist. Vor allem 11 Uhr morgens. Auf jeden Fall, ich komme gerade vom Frühstück und da habe ich den Tee noch mitgenommen. Ah, da wird ja auch schon kühl. Das ist nicht so kühl. So, jetzt. So, jetzt haben wir noch alles, was mit muss. Äh... Diamanten. Nein, nehmen wir mal die. Und hier ist nichts mehr drin. Das ist schon mal... Okay. Das ist okay. Äh... Stormbricks. Hier mit rein. Die Brote lassen wir da. Äh... So. Gleich haben wir nur noch die Ramm-Schlüsse hier. Am Ende kriegen wir sogar wirklich alles mit. Okay. So. Wie cool wäre das? So. Hier passen wir mal die Cobblestone-Kiste. Und... Also Cobblestone-Kies kommt da mal rein. Äh... Wow. So. Und die Treppen mit rein. Und die Erze drüben mit rein. So. Wir haben genau einen Minecraft und Küsse hier hoch. Eins wäre noch perfekt. Was? Oh Mann, wo habe ich jetzt das Eisen hingelegt? Nein! Das ist ganz vorne in der Kiste. Äh... So. So geht eine effektive Höhle. Ich weiß jetzt auch endlich, warum die ganze Zeit so... äh... die Dinger in der... in der... in der... in der Mischacht sind... zu schielen. Wir haben das auch so gemacht. Ich glaube. Kann ich mir vorstellen. So... So. doch hinterher für mich kommt jetzt der restliche mühlen alles kommt kommt rein Puckets kommen rein Labe Puckets kommen rein Mockdrops kommen rein Labe Puckets kommen rein Labe Puckets kommen rein Glimmend Alles kommt rein So Dann haben wir nur noch hier das Zeug Ah So Die Koppelkiste ist jetzt noch immer wieder mit Koppel voll Was Wir haben es tatsächlich geschafft hier alles mitzunehmen So Jetzt sehen wir noch die Kisten Jetzt weiß ich noch nicht wie gut das funktioniert Ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit Die W-Taste drücken müssen Weil für Güterverkehr Die Strecke mal so gar nicht ausgelegt ist Und Ähm Deswegen zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen könnte So So war da So 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 Funktioniert ja richtig gut hier.